Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als eure Schulweisheit sich träumt. Horatio Hamlet Einer der wenigen befreienden Aspekten von Lehrern, so glaube ich, ist die Tatsache, dass man sie gelegentlich täuschen kann. Dies traf zu, als meine Mutter mir das Lesen beibrachte es stimmte, als mein Vater versuchte aus mir einen Bauern zu machen, und es hat auch jetzt seine Richtigkeit, da ich die Magik erlerne. Du hast nicht geübt? Garkins strenge Vorhaltung riss mich aus meinen Träumereien, hab ich wohl, protestierte ich. Es ist halt eine schwierige Übung, wie zur Antwort begann die Feder, an der ich mich in Levitation übte, mitten in der Luft zu zittern und zu schaukeln. Du konzentrierst dich nicht richtig, schallt er mich. Es liegt am Luftzug, widersprach ich und hätte am liebsten hinzugefügt, von deiner großen Erklappe, aber ich traute mich nicht. Schon früh bei unserem Unterricht hatte Garkin seine Abneigung gegenüber frechen Lehrlingen unter Beweis gestellt. Am Luftzug höhnte er und imitierte meine Stimme. So geht das Tölpel Mein geistiger Kontakt mit dem Gegenstand meiner Konzentration wurde unterbrochen, als die Feder plötzlich zur Decke schoss. Sie kam zum Halten, als klebte sie da oben an etwas fest, obwohl sie etwa noch 25 Zentimeter von den Holzbalken entfernt war, dann tanzte sie in flachen Kreisbewegungen herab. Die Kreise, die sie zog, waren zu exakt, um natürlich zu sein. Ich riskierte ein Auge auf Garkin. Er hing mit baumelnden Füßen in seinem Sessel, wobei seine ganze Aufmerksamkeit scheinbar auf eine Keule des gerösteten Echsenvogels gerichtet war, den er verzerrte, einen Vogel, den ich gefangen habe nebenbei gesagt. Das war wirklich Konzentration. Er sah plötzlich hoch, und unsere Blicke trafen sich. Da es zu spät war, die Augen abzuwenden, blickte ich ihm halt einfach ins Gesicht. Hungrig? Sein fettriefender Salz- und pfeffergrauer Bart umrahmte plötzlich ein wölfisches Grinsen. Dann führ mir mal vor, wie viel du geübt hast. Ich brauchte einen ganzen Herzschlag lang, um zu begreifen, was er meinte, dann sah ich verzweifelt hoch. Die Feder schaukelte dem Fußboden entgegen und befand sich bereits in Schulterhöhe. Ich versuchte die plötzliche Anspannung aus meinem Körper zu verdrängen und griff mit meinem Geist zu, vorsichtig, bilde ein Kissen, stoße sie nicht zurück, knapp zwei Handbreit über dem Boden kam die Feder zum Stehen. Ich vernahm Garkins leises Kichern, ließ jedoch nicht zu, dass es meine Konzentration störte. Seit drei Jahren hatte ich die Feder nicht mehr den Boden berühren lassen, und jetzt sollte sie es auch nicht. Langsam hob ich sie an, und sie schwebte in Augenhöhe. Ich hüllte sie mit meinem Denken ein, ließ sie um ihre Achse kreisen und verführte sie dann zu einem doppelten Salto. Während ich sie durch diese Übung geleitete, waren ihre Bewegungen nicht so weich und sicher wie unter Garkins Führung, sie behielt jedoch unbeirrbar den vorgegebenen Kurs bei. Ich hatte zwar mit der Feder nicht geübt, aber geübt hatte ich. Wenn Garkin nicht in der Nähe oder mit seinen eigenen Studien beschäftigt war, widmete ich meine Zeit der Levitation von Metallstücken, Schlüsseln, um genau zu sein. Jeder Levitations-Typus hat seine eigenen, immanenten Schwierigkeiten. Die Feder zum Beispiel als früherer Bestandteil von etwas Lebendem, war reaktionsfreudig. Zu reaktionsfreudig Metall anzuheben war anstrengend, mit einer Feder umzugehen erforderte dagegen Feinfühligkeit. Hatte ich zwischen diesen beiden zu wählen, so zog ich die Arbeit mit Metall vor. Ich sah darin bessere, konkretere Anwendungsmöglichkeiten für meinen eigentlichen Beruf. Ganz ordentlich Bursche Jetzt leg sie wieder ins Buch Ich lächelte vor mich hin Diesen Teil hatte ich trainiert, nicht wegen seiner potenziellen Anwendung, sondern rein zum Vergnügen. Das Buch lag aufgeschlagen am Ende der Werkbank. Ich holte die Feder in einer ausholenden trägen Spiralbewegung herunter, ließ sie dabei leicht die Seiten des Buches streifen, hochsteigen in einem steilen Bogen bis sie innehielt und wieder herunterkam. Als sie sich zum zweiten Male dem Buch näherte, löste ich einen Teil meines Denkens ab, der sich auf das Buch konzentrierte. Als die Feder über die Seiten schaukelte, schnappte das Buch zu wie die Kiefer eines hungrigen Raubtieres, das den Flugkörper im Griff hat. Ähm, ließ gar kein Vernehmen, ein bisschen angeberisch, aber wirksam. Nur eine Kleinigkeit, die ich so beim Üben zusammengestellt habe, sagte ich nachdrücklich und streckte meine Geisteskräfte nach der anderen Echsenvogelkeule aus. Anstatt jedoch graziös in meine wartende Hand zu schweben, blieb sie auf dem Holzbrett liegen, als habe sie Wurzeln geschlagen. Nicht so hastig, mein kleiner Strauchdieb. Du hast also geübt, ha? Er streichelte sich den Bart mit dem halb abgenagten Knochen in seiner Hand. Habe ich das nicht bewiesen? Es kam mir in den Sinn, dass Gakin vielleicht doch nicht so leicht zu täuschen war, wie es manchmal schien. In dem Fall möchte ich gerne mal sehen, wie du deine Kerze anzündest. Das müsste dir ja leicht fallen, wenn du so viel geübt hast, wie du behauptest. Ich habe keine Einwände dagegen, es zu versuchen. Aber wie du selbst so viele Male gesagt hast, fallen einem manche Übungen schwerer als andere. Obwohl ich einen selbstsicheren Ton anschlug, sank mir das Herz in die Hosen, als die große Kerze auf Gakins Aufforderung zum Arbeitstisch geschwebt kam. In vier Jahren war mir diese besondere Übung noch niemals gelungen. Wenn Gakin mir das Essen vorenthalten würde, bis ich Erfolg hätte, könnte ich lange Zeit mit hungrigem Magen herumlaufen. Weißt du Gakin, mir fällt da gerade ein, dass ich mich mit vollem Magen wahrscheinlich besser konzentrieren könnte. Mir fällt da gerade ein, dass du Ausflüchte machst. Könnte ich nicht? Voran, Skif. Wenn er schon einmal meinen Eigennamen gebrauchte, war nicht mit ihm zu spaßen. So viel hatte ich im Laufe der Jahre gelernt. Bursche Strauchdieb Idiot Dummkopf, das war zwar geringschätzig, doch solange er mich so anredete, war noch mit ihm zu diskutieren. Kehrte er erst einmal zu meinem Eigennamen zurück, war der Fall hoffnungslos. Nun, wenn die Sache nicht zu umgehen war, dann musste ich mein Bestes geben. Mit halber Kraft und schwacher Konzentration wäre da nichts zu machen. Ich würde jedes Fäserchen Muskelkraft und alles Geschick aufbieten müssen, um die notwendige Stärke aufzubringen. Ich würde die Kerze dieses Mal entzünden. Ich würde sie entzünden, denn es gab nichts, was mich daran hindern konnte, sagte ich mir. Ich holte bewusst Tiefluft und begann meine Kraft zu sammeln. Meine Welt verengte sich immer mehr, bis ich einzig und allein noch den krummen Geschwärzten doch der Kerze wahrnahm. Ich war Skif. Mein Vater hatte als Bauer eine enge Verbindung zur Erde. Meine Mutter war eine gebildete Frau. Mein Lehrer war ein Zaubermeister. Ich war Skif. Ich würde diese Kerze entzünden. Ich fühlte, wie ich warm wurde, als sich die Energien in mir sammelten. Ich richtete die Wärme auf den Docht aus. Wie mein Vater zapfe ich der Erde Kraft ab. Das Wissen, das mir meine Mutter vermittelt hat, ist wie eine Linse, durch die ich ins Auge fassen kann, was ich erworben habe. Die Weisheit meines Lehrers lenkt meine Anstrengungen auf jene Punkte des Universums, die am ehesten meinem Willen gehorchen. Ich bin Skif. Die Kerze blieb aus. Nun stand mir der Schweiß auf der Stirn und ich zitterte allmählich vor Anstrengung. Das war nicht gut. Ich durfte mich nicht verkrampfen. Entspann dich. Bemühe dich, nichts zu erzwingen. Anspannung behindert den Kräftefluss. Lass die Energien freiströmen, sei nur ein passiver Leiter. Ich zwang mich zur Ruhe. Der Kräftestrom war nun merklich stärker. Ich streckte einen Finger aus, um sie konzentriert auszurichten. Auf der Kerze rührte sich nichts. Ich schaffte es nicht, negativer Gedanke. Verdränge ihn. Stütz dich nicht auf andere, um stark zu sein. Ich werde die Kerze zum Brennen bringen, weil ich Skif bin. Dafür wurde ich mit einem plötzlichen Energieschwall belohnt. Ich ging ihm nach, berauschte mich an der Kraft. Ich bin Skif. Ich bin stärker als sie alle. Ich bin den Bemühungen meines Vaters entgangen, mich wie meinen Bruder an den Flug zu ketten. Meine Mutter starb an ihrem Idealismus, ihre Lehren halfen mir jedoch zu überleben. Mein Lehrer war ein einfältiger Nah, der sich einen Dieb zum Lehrling nahm. Ich habe sie alle geschlagen. Ich bin Skif. Ich werde diese Kerze entzünden. Ich schwebte nun. Ich begriff, wie meine Fähigkeiten alles um mich herschrumpfen ließen. Es war belanglos, ob ich die Kerze nun entzündete oder nicht. Ich bin Skif. Ich bin mächtig. Fast gleichzeitig ließ ich meinen Geist in dort berühren. Wie als Antwort auf meinen Willen erschien ein kleiner, heller Funken. Erschreckt zuckte ich zusammen und blinzelte die Kerze an. In diesem Augenblick verschwand das Fünkchen und ließ zum Zeichen seines Erlöschens ein winziges weißes Rauchfähnchen zurück. Ausgezeichnet, Bursche. Garkin stand plötzlich neben mir und hieb mir begeistert auf die Schulter. Wie lange er schon da stand, wusste ich nicht und es war mir auch ziemlich gleichgültig. Sie ist ausgegangen, sagte ich voller Bedauern. Das braucht dich nicht zu kümmern. Du hast sie entzündet. Du hast das nötige Selbstvertrauen. Das nächste Mal wird es leichter sein. Bei allen Gestirnen. Wir machen noch einen Zauberer aus dir. Hier du musst wirklich Hunger haben. Ich konnte kaum noch meine Hand heben, um die restliche Echsenvogelkeule aufzufangen, ehe sie mir ins Gesicht flog. Ich will dir nicht verhehlen, dass ich allmählich schon verzweifeln wollte, Bursche. Was ist dir an dieser Lektion so schwer gefallen? Ist es dir vielleicht in den Sinn gekommen, dass du diesen Zauber dazu benutzen kannst, dir zusätzliches Licht zu spenden, wenn du ein Schloss knackst oder um zur Ablenkung ein Feuer zu legen? Ich habe darüber nachgedacht, aber zusätzliches Licht könnte unerwünschte Aufmerksamkeit erregen. Was das Ablenkungsfeuer betrifft, so hätte ich Angst, dass jemand zu Schaden kommt. Ich möchte niemanden verletzen. Ich hielt inne, als ich begriff, was ich da sagte, aber es war bereits zu spät. Eine heftige Ohrfeige von Garkin riss mich von meinem Schemel. Hab ich mir's doch gedacht. Du willst also nach wie vor ein Dieb bleiben. Du willst meine Magikkünste zum Stehlen benutzen. Und was ist so falsch daran, knurrte ich. Dann verhungert man wenigstens nicht. Was ist denn so großartig daran, ein Zauberer zu sein? Ich will sagen, dein Lebensstil hier lässt mich nicht gerade optimistisch in die Zukunft blicken. Ich machte eine Geste durch den vollgepferchten Raum, der die gesamte Hütte einnahm. Hör sich einer dieses Welpengeheul an, schnaubte Garkin. Als der Winter dich aus dem Wald getrieben hat zum Stehlen war es gut genug. Dann muss man wenigstens nicht unter den Büschen schlafen, hast du damals gesagt. Das ist ja auch richtig. Deshalb bin ich ja immer noch hier. Aber ich habe nicht vor den Rest meines Lebens hier zuzubringen. Sich in einer kleinen Hütte im Wald zu vergraben ist nicht die Zukunft, wie ich sie mir erträume. Du hast von Wurzeln und Beeren gelebt, bis ich kam und Fallen aufstellte. Vielleicht ist das deine Vorstellung von einem herrlichen Leben Garkin, meine ist es jedenfalls nicht. Wir sahen einander einige lange Momente ins Gesicht. Nun, da ich meinem Zorn Luft gemacht hatte, hatte ich nicht wenig Angst. Obwohl ich nicht allzu reiche Erfahrungen auf diesem Gebiet hatte, stellte die Beschimpfung des Zauberers wohl kaum eine Garantie für ein langes und gesundes Leben dar. Überraschenderweise war Garkin der Erste, der nachgab. Er wandte plötzlich seinen Blick ab, neigte den Kopf und ließ mich eines der seltenen Male die ungekämmte Mähne auf seinem Schädel sehen. Vielleicht hast du recht, Skif. Seine Stimme klang merkwürdig sanft. Vielleicht habe ich dir nur die ganze Arbeit der Magik gezeigt, aber nie die Belohnungen. Ich vergesse immer wieder, wie wenig man hierzulande von der Magik hält. Er hob die Augen, unsere Blicke trafen sich wieder, und mir schauderte. Nicht das Zorn darin zu lesen gewesen wäre, vielmehr ein tiefes Glühen, das ich niemals zuvor erblickt hatte. Du sollst nun wissen, Skif. Dass nicht alle Länder wie dieses hier sind, noch war ich immer der, als den du mich hier siehst. In Ländern, wo man die Magik ehrt, anstatt sie wie hier zu fürchten, wird sie von den Mächtigen anerkannt und in ihre Dienste genommen. Dort kann ein geschickter Magiker, der seine Weisheit für sich behält, hundertmal mehr Reichtümer erwerben, als du dir als Dieb erhoffst und eine solche machte ich. Plötzlich verstummte er und schüttelte den Kopf, als müsse er seine Gedanken klären. Als er die Augen wieder öffnete, war das Glühen, das ich zuvor gesehen hatte, bis auf ein Fünkchen verschwunden. Aber du lässt dir nicht mit Worten imponieren, nicht wahr, Bursche? Komm, ich will dir eine kleine Vorführung eines Teils der Macht bieten, die du eines Tages beherrschen kannst, wenn du deine Lektionen fleißig übst, heißt das. Ich glaube nicht, dass er meiner Antwort noch Beachtung schenkte. Er trat schon in das riesige Pentagramm, das ständig auf dem Boden der Hütte eingezeichnet war. Beim Gehen machte er ein paar abwesende Gesten, worauf der verkohlte Kupferkessel von seinem Platz in der Ecke herüberschäpperte, um im Zentrum des Pentagramms zu ihm zu stoßen. Sogleich war er schwer in die Arbeit vertieft und umgeben von einer umherschwebenden Wolke von Fiolen und Gefäßen, die er unter ständigem Gemurmel gelegentlich aus der Luft packte, um ein paar Tropfen ihrer Inhalte in den Kessel zu schütten. Was immer er da vorbereitete, es versprach sehenswert zu werden. Zu diesem Zeitpunkt hörte ich zum zweiten Mal die gedämpften Schritte vor der Hütte. Aber das war unmöglich, da Garkin stets die Ich begann mein Gedächtnis zu durchforsten. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass Garkin die Schutzwelle aufgebaut hatte, ehe er sich an die Arbeit gemacht hatte. Lächerlich Vorsicht war das erste und wichtigste Prinzip, das Garkin mir einhämmerte, und ein Teil dieser Vorsicht war es, die Schutzwelle aufzustellen, ehe man an die Arbeit ging. Er konnte dies nicht vergessen haben. Allerdings war er ziemlich gedankenversunken und zerstreut gewesen. Ich erwog immer noch, ob ich Garkin stören sollte, als er plötzlich einen Schritt vom Kessel zurück trat. Er sah mich mit seinem typischen Blick an, dass mir meine Warnung im Halse stecken blieb. Dies war nicht der Augenblick, Alltäglichkeiten ins Feld zu führen. In seinen Augen schimmerte wieder dieses Glühen, und zwar stärker als zuvor. Selbstvorführungen sind lehrreich, erklärte er. Kontrolle Skif Kontrolle ist die Hauptstütze der Magik. Macht ohne Kontrolle ist der Untergang. Deshalb sollst du mit einer Feder üben, auch wenn du imstande bist, weit größere und schwerere Gegenstände zu bewegen. Kontrolle Selbst deine spärlichen Kräfte würden zur Gefahr, so du sie nicht beherrschen kannst. Und ich werde dir kein Stück mehr beibringen, ehe du diese Kontrolle nicht erlernt hast. Er trat vorsichtig aus dem Pentagramm. Um dir die Bedeutung von Kontrolle zu demonstrieren, will ich nun einen Dämon herbeirufen, ein Wesen aus einer anderen Welt. Er ist mächtig, grausam und bösartig und würde uns beide umbringen, bekäme er die Gelegenheit dazu. Trotzdem werden wir uns nicht vor ihm fürchten müssen, da wir ihn unter Kontrolle haben. Er wird nicht in der Lage sein, uns oder irgendsonst jemandem auf dieser Welt ein Herrchen zu krömmen, da er in dieses Pentagramm eingesperrt ist. Nun pass auf Skif Pass auf und merk es dir Nach diesen Worten wandte er sich wieder dem Kessel zu. Er spreizte die Finger, worauf die fünf Kerzen an den Ecken des Pentagramms zu brennen begannen und die Kanten in unheimlichem blauem Licht glühten. Einige Minuten lang herrschte Schweigen, dann stimmte er einen leisen Sing-Sang an. Eine Rauchfahne erhob sich aus dem Kessel, doch anstatt zur Decke zu steigen, ergoss sie sich auf den Boden und bildete eine kleine, brodelnde, pulsierende Wolke. Garkins Gesang schwoll an, die Wolke wuchs und wurde dunkler. Der Kessel war nun fast nicht mehr zu sehen, dann aber, in den Tiefen der Wolke, begann etwas Form anzunehmen. Istwan lässt dir schöne Grüße bestellen, Garkin. Bei diesen Worten fiel ich fast aus den Schuhen. Sie kamen aus dem Innern der Hütte, jedoch nicht aus dem Pentagramm. Ich wirbelte herum in die Richtung, aus der die Stimme erklungen war. Im Türrahmen stand eine Gestalt in blendend goldenem Umhang. Für einen dummen Augenblick lang dachte ich, es sei der Dämon, der Garkins Ruf gefolgt war. Dann sah ich die Armbrust. Es war ein Mensch so weit so gut. Aber die gespannte und geladene Armbrust in seiner Hand trug nicht gerade zu meiner Beruhigung bei. Garkin drehte sich nicht einmal um. Nicht jetzt du nah, knurrte er. Es war eine anstrengende Jagd, Garkin, fuhr der Mann fort, als habe er es nicht gehört. Du hast dich gut versteckt, aber glaubst du wirklich zu entkommen, du wagst es. Garkin wirbelte herum und reckte sich in seinem Zorn zu beeindruckender Größe empor. Der Mann erblickte Garkins Gesicht, sah seine Augen. Die Miene des Mannes verzerrte sich zu einer grotesken Maske der Angst. Reflexartig löste er den Bolzen seiner Armbrust, es war jedoch bereits zu spät. Ich hatte nicht gesehen, was Garkin gemacht hatte, der Mann verschwand jedoch augenblicklich in einem Flammenblitz. Tödlich verwundet schrie er auf und stürzte zu Boden. Die Flamme verschwand so plötzlich, wie sie erschienen war und ließ zum Zeichen, dass sie überhaupt existiert hatte, wenigstens den geschrumpften Leichnam zurück. Ich blieb einige Augenblicke wie angewurzelt auf dem Fleck stehen, ehe ich mich rühren oder sprechen konnte. Garkin, sagte ich schließlich, ich. Garkin. Garkins Gestalt lag wie ein Bündellumpen auf dem Boden. Der Bolzen der Armbrust ragte in stiller Entgültigkeit aus seiner Brust. Garkin hatte mir seine letzte Lektion erteilt. Als ich mich vorbeugte, seinen Leichnam zu berühren, bemerkte ich etwas, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Sein Körper hatte die Kerze an der Nordseite des Pentagramms erstickt. Die Linien hatten das blaue Glühen verloren. Der schützende Zauber war gebrochen. Mit letzter Anstrengung hob ich den Kopf und sah in ein paar gelbe goldfleckige Augen, die nicht von dieser Welt waren. Die Linien hatten das Begräufe. Die Linien hat das Begräufe. Die Linien hat die Körnung, die jemanden verschlüsselt. Sie hat das Begräufe. Die Linien hat das Begräufe. Die Linien hat das Begräufe. Untertitelung des ZDF, 2020